Ja, wenn du auf YouTube erfolgreich werden willst und damit Geld verdienen und zwar ordentlich, dann bist du hier genau richtig. Ich muss mich entschuldigen und gleichzeitig bedanken meinem Andreas. Ich entschuldige mich dafür, dass es tatsächlich so lange gedauert hat. Der Kurs, um den es hier in dem Video geht, ist aber immens und das liegt aber nicht daran, dass da um den heißen Breyer herum geredet wird, sondern es liegt einfach daran, dass YouTube einfach, da gibt es einfach sehr viel zu erzählen. Rechtliches, Monetarisierung, Hochladen, Vorbereitung, das alles, alles, das Komplettpaket hat ja alles in seinem Kurs drin. Und um den geht es jetzt und ich möchte euch jetzt noch mal schnell auf meinen Laptop meine Ergebnisse in zwei, drei Monaten zeigen. Und ja, guckt es euch an. Wir befinden uns jetzt in Analytics. Ich möchte euch einfach mal zeigen, dass es hier tatsächlich bergauf geht. Auch dank dem Kurs CashTube Masterclass ist wirklich der Wahnsinn, was hier alle drin ist. Also, man könnte denken, also wenn ich jetzt sage, das ist sehr viel, dann könnte man denken, dass hier Larifari geredet wird und um den heißen Breyer herum. Das ist aber tatsächlich nicht so. Die Videos sind teilweise 1-2 Minuten lang. Können aber auch mal länger gehen, aber die Informationen sind wirklich präzise und gut verpackt. Ganz besonders gut finde ich. Für mich ist das, also erstmal hier Video Monetarisierung, wie du mit YouTube Geld verdienst. Hier, guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. Hier unten hat er auch immer noch Links und Ressourcen. Ne, den hier mehr recht weiter aufbauen. Den finde ich sehr gut. Den Teil recht erlasst rein. Ich habe auch noch nicht alles geguckt, muss ich sagen. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist, ist ja Wahnsinn. Geht gut ab und, also wie gesagt, auch dank dem Kurs, ja, geht es hier stetig bergauf. Aufrufe, hier Wiedergabezeit, Abonnenten. Ja. Man kann ganz genau sehen, dass hier mit der Zeit kommen immer mehr Abonnenten dazu. Ja, also, da kann, der kann nicht meckern. Er kann einfach nicht meckern. Der Kurs ist wirklich geil. Guckt ihn euch an. Unter dem Video gibt es den Link dazu. 30 Tage zurück Garantie. Also, selbst wenn er euch jetzt kauft, habt ihr immer noch die Möglichkeit zu sagen, uh, das ist jetzt doch nichts mehr für mich. Aber ansonsten, wenn ihr euch dafür interessiert, ist der Kurs echt der Wahnsinn. Ja, wenn ihr hier unter dem Video auf dem Link klickt, dann kommt ihr direkt auf diese Seite hier. Oder ihr nutzt erst mal, wie gesagt, ich möchte den Andreas erst mal kennenlernen und möchte erst mal was kostenlos haben. Gibt es auch einen Link unter dem Video hier. Ansonsten, der Andreas hat es ja auch selbst vorgemacht. Mehrere YouTube-Karnele hat er aufgebaut. Hier in der Infocard gibt es den Kanal 5 Rules 5 Facts von ihm. Den finde ich auch sehr geil. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, wie ihr gesehen habt, der Kurs ist mega geil. Ich habe mir noch nicht mal alles angeguckt. Und dennoch erhöht sich meine Reichweite und meine Abonnentenzahl täglich quasi. Und ja, also Leute, wenn ihr auf YouTube erfolgreich werden wollt und damit Geld verdienen, dann holt euch jetzt den Kurs. Hier unter dem Video einfach anklicken. Wenn ihr euch nicht direkt den Kurs kaufen wollt, gibt es da auch noch was Kostenloses für euch. Kein Problem und Leute, wie immer, abonnieren. Bis demnächst.